Und da sind wir auch schon wieder zurück bei einer weiteren Runde von Fire Emblem Free Houses hier im Speicherbildschirm, wo wir da schon gleich weitermachen. Und da kommt jetzt glaube ich auch schon gleich direkt das nächste Kapitel im Abschluss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und da haben wir einen weiteren Ladebildschirm. Gibt ja nicht genug davon auf der Welt. Oh, Geld. Was ist hier überhaupt? Es gibt keine Frage auf dieser Seite. Sie hat sicherlich gewonnen, um alle von Fodlan zu gewinnen. Und um zu erreichen, ihre eigenen Selbstbeziehungen zu erreichen, sie hat sie mit Schmerz und die Heilige Gebäude geschehen. Oder vielleicht ihre Ambitionen sind sogar größer als wir wissen. Vielleicht ist sie planen, um sich eine falsche Deiät zu machen, indem sie die Kirche von Seros zu demonieren. Und da sind sie mit Schmerz und die Kirche von Seros zu machen. Schmerz und die Kirche von Seros zu machen. Auf mich? Auf mich? Schmerz und die Kirche von Seros zu machen. Schmerz und die Kirche von Seros zu machen. Schmerz und die Kirche von Seros zu machen. Ich bin für dich. Aber die Kirche von Seros zu machen. Und deine Kirche von Seros zu machen. Schmerz und die 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 Kirche von Seros zu machen. Frau Reia, Bruder, ich werde auch meine Rolle machen. Flayne, bist du eavesdrohiert? Regardless, ich bin froh, dass du es hörst. Du hast dein Leben zu dem Professor, nachher. Und im Endeffekt, sie können sie sein, dass sie unsere Brüder sind. Du hast meine Gratitude, Sedith. Und du auch, Flayne. Als Follower des Progenitor Gottes, ist es wichtig für uns, um unsere Mission durchzunehmen. Oh, konstant Geburtstag. Nimm ein paar Blumen. Habe ich Bock auf Erkunden? Ja, gehen wir mal Erkunden. Wir haben immer ein paar Supports, die wir uns angucken können. Ja, ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh, Dimitri. Würdest du, ähm, willst du zusammen trainieren? Ash, natürlich. Ich bin froh, dass du gefragt hast. Nach der Klasse enden, ich bin froh. Ich werde warten. Und danach, wir planen auf dem Essen. Wir werden sicherlich ein Wettbewerb machen. Oh, ja, ich denke... Ich meine, sicher. Ich bin froh. Es wäre... Es wäre mein Glück, um, uh, zu essen mit dir. Ich meine, ich... Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich werde mein Bestes für verbessern. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Aber es ist komplett gegen meine Natur. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich verstehe, ich bin froh. 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 In einer anderen Familie. Und bin froh. In einer anderen Weise. Aber in der anderen Weise. Du und ich sind das gleiche. Das alles macht Sinn, Herr Herr. Aber ich kann mich einfach nicht sagen, zu sprechen zu dir in so einen kasselischen Weg. Natürlich, wenn du richtig drauf bist, mit ihr gehört. Mit ihr, wie du und mit kommentieren, wie ich. Wir sind nur Leute. Aber die kommentieren immer noch die der Bögen für die Freiheit. Und zu halten sie sicher. Die kommentieren für das Kosten. Und das ist das, was Lanatho sagt. Ich glaube, ich verstehe den Punkt von mir. Aber der Fehler in deinem Grund ist, dass ich noch kein König ist. Aber das ist alles, was es zu sein. Ich verstehe dich auch als Person. Du bist eine Person. Du träumst das ganze Krieg auf deine Bezüge. Du bist ein Faltloser, und du bist immer so nett zu deinen Alliern, sogar ich. Auf allen Seiten kann ich sagen, das gleiche zu dir. Aber du hast auch ein starkes Herz. Ich kann das nicht sagen über mich selbst. Kein Problem, du bist niemals auf die Schmerz. Du hast mir gut gemacht. Also, ich... ich mache mein Bestes. Also, ich denke, dass ein Mutuales Bezüge zwischen uns ist, was wirklich das wichtigste ist. Genau. Das bedeutet, dass es kein Nehmen, um nervös oder nicht zufrieden zu sein. Es scheint, dass wir vielleicht zurückkommen, wo wir mit dieser Gespräch haben, aber... Let's at least agree that we both should learn to bend a bit. How's that sound? Alright. Let's start from the beginning, then. Would you like to train with me today, your highness? Of course, Ash. Come at me with everything you've got. So, und Dimitri hat noch eins. Oh, mit Harpy. Das hat mir auch noch gar nicht. Okay. Ich hab dich nicht erwartet, dass du hier hier bist, Happy. Ich habe das Gefühl, dass du nicht gekommen bist, für die Training. Listen up, Didi. Ich erinnere mich etwas. Erinnere mich? Ah. Das hat etwas zu tun, warum du mich vorst? Ich habe keine Bellen. Ich erinnere mich immer auf die Leute. Insofern, du kennst dich Anselma? Und Selma. Ich glaube, sie war Freunde mit der Frau, die mich verabschiedet hat. Freunde? Du bist sicher? Ich habe gehört, dass die Frau sie in den König zu bringen, aber ich wirklich nicht weiß die Details. Insofern, wenn Anselma gesehen hat, wie ich mich verabschiedet habe, hat sie erschreckt. Wie du. Du mich sehr daran erinnerst. Wir sind wirklich so ähnlich? Ich würde sagen. Du bist so? Ich habe es gedacht. Du kennst dich auch in der gleichen Weise. Du hast einen Buch in der gleichen Weise. Du hast sogar einen Buch in der gleichen Weise. Du hast sogar Angst in der gleichen Weise. Es ist unkartig. Ich habe keine Blut mit meiner Frau, aber ich habe das zu hören. Aber ich habe mich sehr geholfen. Sie war die Frau, die mich aufgetragen. Ich glaube, es macht Sinn, dass wir bestimmte Manerismus haben. Ich denke, dass die Person, die du erwähnt war, meine Frau, ist... ...bassend, zu sagen. Was bedeutet das? Für alle Intents und Worte, meine Frau war komplett aus der Welt. Es ist zu sagen, kaum wussten, dass mein Vater eine zweite Frau genommen hat. Das klingt... kompliziert. Ich kann meine Mund aufhörtern, wenn du möchtest. Ich würde sehr sehr empfehlen, dass deine Silenz auf der Sache ist. Aber danke dir, wirklich, für alles, was du gesagt hast. Die Wahrheit zu sagen. Die Union zwischen meinem Vater und meiner Frau hat eine sehr viel Spekulation. Aber für heute... ... was mir wirklich beeinflusst ist die Identität der Frau, die du erwähnt hast. Sie hat meine Frau in der Kirche gebracht, nachdem sie nach Hause kam, wegen der politischen Straf. Nein, ich muss das nicht aufhörtern. Es ist Zeit, um eine Endung zu dieser Diskussion. Die Spekulation des Basis wird mich nicht aufhörtern. Oh, komm mal. Ich habe endlich gefühlt, wie ich verstehe, und dann gehst du etwas kriptisches wie das. Wenn ich heute nicht schlafen kann, bin ich dich schützt. Oh, ein Fascher. Ach, auch mit Ash. Okay. Hey, Sylvain. Können wir sprechen? What's up, Ash? Looking for more life tips? Uh, nein. Nein. Aber ich wollte dich für meine Hilfe in der Krieg am Tag. Das? Keine Ahnung für mich für das. Nein, wirklich. Ich versuchte. Wenn du da nicht da bist, wäre ich definitiv gewesen. Du hast wirklich ein Modell für meine Training gemacht. Ich hoffe nur, dass ich mich für jemanden zu retten. Wieder mit dem Studium und dem Training? Du bist so stolz, dass du Ingrid und seine Herrs. Das ist so einfach einfach zu gehen. Mein Tipp auf das ganze Sache ist einfach zu folgen. Das ist das, was ich mache. Wenn jemand in Probleme ist, dann ich sie helfen. Du musst nicht sein, ein Valiant zu wissen, dass das. Es geht nicht um, wenn die Person ein dummer Mann ist, oder die schönste Frau, die du gesehen hast. Du sie helfen. Also, du sagst? Alle sind das gleiche, tief in der Grund. Es ist unser Job, zu helfen, jemanden, die es braucht. Oh. Ja. Was? Du siehst mich lustig. Ich sagte etwas falsch? Nein. Nein. Ich bin nur überrascht. Das ist alles. Du bist eigentlich eine viel bessere Person, als ich dachte. War das ein Kompliment? Ich kann nicht sagen. Oh, sorry. Ich habe keine Entschuldigung. Ich war einfach sehr beeindruckt mit dem, was du gesagt hast, um Menschen zu helfen, ohne zu denken. Ich bin auf die Seite zu helfen, ohne eine Sache zu helfen. Das ist eine reale VertEye. Wie gesagt hast du das mit einem straighteren Gesicht? Ich würde mich immer entschuldigen, wenn ich dir sei. Komm schon, Ash. Du bist ein ehrlich und großartiger Mann, auch ein ehrlich und großartiger Mann. Natürlich, Leute wie dich müssen, die Leute vergleichen. Huh? Hör mir, wenn ich gesagt habe, dass ich keine Dank brauchte? Ich habe nichts gesagt, dass nicht eine Rewardsheit war. Es ist eine Frau, und wir... Wir hatten eine Verständnis über wen, die zu verabschieden, also, uh, ich muss in Ihrer Karte sein, bis alles aufzuhren. Es sollte nur ein Tag sein, oder zwei. Topz. Sylvain? Komm schon, Ash! Ach, Ersch, bei dir ist das schon so eine Geschichte. Deine Supports sind alle langweilig, aber sie helfen, den anderen Personen besser zu werden. Oder beziehungsweise zeigen andere Vorteile von anderen Personen, nur nicht von dir. Hi. Wo steht der Ritter denn? Da steht der Ritter. Wenn wir hier sind, können wir gleich schon was essen gehen. Mal sehen, wer braucht denn was. Dem wäre hier gar nicht vorbei. Nö, dem ist nicht so nach Essen. Auch gut. Ach, da ist er ja. Du kommst mit. Und, du kannst natürlich auch mitkommen. So. Ach ja, in die Richtung wollten wir ja. Hi. Dann können wir gleich nochmal nach unten gehen und die Quest für Anna fertig machen. Da steht sie auch schon. Und die hier denken sich auch so, ja, ist Krieg. Lass uns hier sitzen und quatschen. Ist kein Problem. Wie geht's? Wie geht's? Ja. Ja. Und da lang. Erstmal neu orientieren. Hi. So. Was gibt es hier noch? Das ist ein Turnier für Fortgeschrittene. Das ist sie. Dann lassen wir das zu Vayne mal übernehmen. Oh, er ist ausgewichen. Wie schön. Und der nächste. Wow. Nicht schlecht. Naja, wir können ja nochmal heilen. So, sind wir jetzt daneben gehauen, hätten wir das kein Problem gewesen. Sehr schön. So, dann können wir doch mal ins Gewächshaus gehen. So. Davon, davon, davon und davon. So, ab dafür. Nein, ich will nicht einen. Ich will den Pelgas aus Segen verstreuen. Da nicht süß ist. Und da auch. So, von mir ist, können wir dann auch schon Schutz machen. Ich bin mit dem Story-Abschnitt durchgekommen. Aber erst mal. Dann haben wir das ein Training. So, dann schafft sie ja sogar noch D+. Diesmal. Sehr schön, sie kommt voran. So, der Rest ist mir egal. Das könnt ihr auch automatisch verteilen. So, ab in die Woche. Manche Leute fürchten sich vor Käfern und Tausendfüßlern. Kommen mit Fliegen oder Grillen aber prima zurecht. Warum ist das so? Hm. Vielleicht hat das nicht mit einer Anzahl der Gliedmassen zu tun? Nein. Schau mir auf Geburtstag. Happy Birthday. Wow, was für eine ereignisreiche Woche das war. So, machen wir ein Seminar. Pflanzen. Ich habe noch viel zu tun. So, das ist wie es geht. So, es macht mich streit. Ich glaube, ich verstehe jetzt. So, es ist es nicht so. Die Imperierer sind am uns. Wenn Sie können, holen Sie eine Wehäpe. Jeder, schnell und evakten. Wir haben die Heilige Geist auf uns auf der Seite. Wir haben nichts zu bemerken. Moment noch. Sie sind hier, auf lange Zeit. Es scheint, dass dies ein Kampf zu erinnern wird. In diesem Zeitpunkt. Ich werde niemals aufgeben. Insofern wir, wie wir sind. Ich werde zum Ende kämpfen. Hm. Ich sollte mich auf die Imperierliche Prinzessin machen, bevor es so weit ging. Es könnte sich alles ändern. Wir haben die Gottes divine Schutz auf unserer Seite. Alles, was fehlt, ist zu versuchen, unser Bestes. Alles, was wir können, ist zu kämpfen. Aber, wenn ich ehrlich bin, bin ich wirklich Angst. Wir können nicht nur den König und den Monaster. Wir stoppen sie, egal was es braucht. Herr Herr, Sie sind nicht gut. Nicht gut, sagst du? Was hat sich in dich gebracht? Nichts kann sich weiter aus der Wahrheit sein. Ich bin so glücklich, dass ich mich gar nicht beschränkt. Mein Vater, meine Eltern, meine Eltern, meine lieben Freunde. Sie wollen ihre Hände. Sie wollen ihre Leben. Sie haben so viel zu mir gesprungen. Und die Chance, die ihre Begriffe zu sagen, hat auf lange Zeit gekommen. Ähhhhhhhhh. Nichts überschätzen, Junge. vielleicht sie durchsperren. Natürlich! Aber nicht meine Aufmerksamkeit. Edelgard sterbe aus meiner Hand, und mir allein allein. Wir gehen, Professor. Auch wenn es mir mein Leben kostet. Ich werde sie nicht trocken, bis ich ihre Schäden und meine Franke verabschiede. Okay, vielleicht sollten wir den Jungen mal kurz einsperren. So für eine Woche oder so. Ich glaube, das tut seinem Verstand ganz gut. Boah. So, wie sieht's hier aus? Ja. Sie kann's versuchen. So, da werden wir uns erstmal dran gewöhnen müssen. Da soll sie auch schon so lange bleiben, bis sie in der Klasse durch ist. Deswegen gebe ich ihr mal einen Stein des Wissens. Den braucht... Ist ja nicht so, dass ich den Stab da jetzt eh braucht. Von daher kommen wir ihr auch in den Stein entgegen. So. Sie braucht eh ein paar Waffen. Mit der Rostachse alleine wird sie schlecht kämpfen können. Nicht lagern. Ach, Sefi, was machst du denn wieder? Ausrüsten. So. Ach, das ist rausgeklärt. Geben wir ein Eisenschwert. Was braucht man für Donnerschwert? C, okay. Das wird dann das Nächste sein. Dass wir so langsam auf, ähm... Dingestens vorbereiten. Auf Schwert. Dann können sie mit dem Donnerschwert kämpfen. Dann braucht sie nicht so viel Angriff. Dann kann sie mit ihrer Magie weiter kämpfen. So. So. Boink. Schau, dass man Beilef da, denkst du, sich noch so ein bisschen bewegen kann. So hin und her. Das wäre cool. Schlacht um Garak Mark. Weiße Wolken. Kapitel 12. In den Krieg. Ach, die Du ist aber... Nimm mich halt lieber Harpy stattdessen mit. So. Waren da schon immer so viele Pegasi-Ritter? Meine Güte, sind das viel. Nein, ich verlassen. Los. Los. Ich habe ein Report. Der Feind ist in den Wänden. Sie sind über die Defensivlinie. Der Archbishop und die Defensivlinie brauchen beide unsere Unterstützung. Wir müssen sie beschützen, bis die Reinforcungen hierher kommen. Ah, wups. Stell ich mal da an. Kommst du ja immer noch nicht ran. Yep. Jetzt aber. Nein, nein. Das ist echt unterwältigend. Naja. Naja, sie muss nur kämpfen. Oh, da sind Schütze. So. Ein Vorrat noch. So. Ash, kannst du dich um den kümmern? Wow. Unterwältigend. So. Sie steht genau passend. Hier geht's. Haha, Mercy kommt da ran. Wer hätte das gedacht? Uff, Treppen. Dann können wir uns um den. Oder lieber doch nicht. Stellen wir uns hier so hin, dass wir nicht bei dem Monster mit angegriffen werden. Autsch. 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 Naja, wird schon. Autsch. Ich sag doch, wird schon. Was ist nächstes? Wer ist nächstes? Schade, dass Sylvain den nicht doppeln kann. Das ist ja sehr praktisch gewesen. Oh, das ist der Daffy. Au. Ich hätte... Oh. Äh, ich hätte mal... Äh, Constance hätte ich mal einen Bogen geben sollen und hätte sie mir aus der Distanz ein bisschen schippen können. Ich meine, gut, sie hätte eh keinen Schaden gemacht, aber sie würde sich nicht jedes Mal gleich umbringen. Ich glaube nicht. Ja ich habe einen Knall, auch keine Schaden. Das sind eine Schaden. Ich sag doch nicht, wie Sie ja können. Wenn Sie das gewinnen können? Ja! Ja. Dann gehen Sie! choge! Der Sieg hat den Weg gebracht, Ninevehle, zu dem die Reinforcements sind. Gut zu wissen, aber erstmal machen wir ein kleines, kleines Päuschen und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin und ich verabschiede mich hier wie immer mit einem Ciao.